... ... ... ... ... ... ... ... ... Vielen Dank. 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 Aber, ja, wir schauen mal, was noch kommt. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. So, dann schauen wir mal, was noch kommt. Und, ob noch, ob noch kommt. Vielen Dank. Vielen Dank. Wie hast du, wie hast du das gemacht. Und, ja? Und, ja, ich bin, ja? Der Beste, der Beste. Und, ja, ich bin, ja, ich bin, ja, Ja, ich bin, ja, ich bin, ja, ich bin, ja, Neun Zuschauer, wer ist da alles? Bitte melden. Ich habe meine immer irgendwo abgespeichert, weil ich kann mir nicht mal eins meiner Passwörter merken. Bin gespannt, ob noch wer kommt oder nicht oder doch, schauen wir mal. Meinen PIN kann ich mir gerade noch so merken, aber meistens muss man ihn eh nicht mehr eintippen, außer in letzter Zeit, weiß nicht, da muss ich ihn jeden Tag irgendwo eintippen, aber Geld hebe ich hier schon keins mehr ab. Na gut, ich hoffe es geht euch allen gut, mir gehts gut. Das ist das erste Mal, dass ich streame mit Sound. Ja. Schauen wir mal. Ja, wenn ihr Lust habt, dann können wir dann auch nachher ein lustiges Jackbox-Spiel spielen. Mein Favorit ist ja immer Fear Bitch, wer Lust hat. Ich hätte noch irgendwelche Musik machen sollen für den Hintergrund, damit es nicht so leise ist. ist ja auch schön, wenn Stille herrscht. Aber manchmal ist es auch schön, wenn Stille herrscht. das ist ja auch schön. Seid ihr noch da? Hört mich wer? Ah. Sehr gut. Cool, 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 cool. Dann schau ich mal kurz. Irgendwelche Wünsche? Gut. Gut. Nein! Also, wisst ihr alle, wie es geht? Ich glaube schon. Einfach auf Jackbox. Und den Tod einen geben und euren Namen. Das ist ja schade. Tom-Tau-Fragezeichen aus Ufezeichen. Das Spiel ist etwas sehr viel lauter als so. Das Spiel ist etwas sehr viel lauter als so. Tom, der IT-Verantwortliche, kümmert sich jetzt gerade um die Geräusch-Balance. Und ich komme derweil etwas näher zum Mikrofon, damit ihr mich noch hört. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie gesagt, es ist das erste Mal. Wir müssen uns noch dran testen. Wie gesagt, es ist es richtig. Bis zum nächsten Mal. Ist es jetzt besser? Test. Hört ihr mich? Ja. Ja. Okay, super. Gut, dann arbeiten wir. Und damit. Ich bin nur bei mir und so. Ja, lieber bei dir. Das ist ein bisschen weiter weg vom Mikro. Super. Oh, cool. So, während wir noch warten, gehe ich schnell was trinken. Gut, Mopsy ist auch schon da. Ich bin nur bei mir. Ich bin auch mit mir. Danke. Nur nochmal zur Info, das Spiel ist ganz auf Englisch. Gut, können wir starten? Okay, also ich erkläre es ganz kurz. Das Spiel geht im Grunde so, es wird halt so ein Satz erscheinen, in dem ein Wort oder eine kurze Phrase fehlt. Und man muss halt herausfinden, was der richtige Begriff ist. Gleichzeitig muss man aber auch versuchen, die anderen reinzulegen, indem man eine Lüge schreibt. Also jeder schreibt eine Lüge, die in dieses Loch reinpasst und versucht dann mit die anderen reinzulegen, dass dein Wort richtig ist und nicht die richtige Antwort. Gleichzeitig musst du die richtige Antwort raten. Ich meine, wenn man sich nicht sicher ist, dann kann man auch immer ein Wort sich vorgeben lassen. Dann kriegt man nur die halbe Punktzahl, aber man muss nicht selber was schreiben. Aber wenn man kreativ ist, kann man natürlich selber was schreiben. Aber wenn einem überhaupt nichts einfällt, wie gesagt, kann man sich auch Wörter vorgeben lassen. Okay, wir probieren es einfach mal aus, okay? So, komm, startet alles. Oh, so ein bisschen. Hi, I'm Cookie, your host. And if you're satisfied with my service today, please consider filling out a customer satisfaction card. I see there's six of you, just as Nostradamus predicted. Oh, and if anybody else wants to join, they can get in the audience at any time. Audience people can play along for their own personal scores and can like their favorite lie each question. Let's do this. This is round one. You'll get 500 points for everyone you fool. And you'll get a thousand for finding the truth. And you've got a defibrillator. Use it to remove all but one lie and the truth. And just one defibbing per game. Select a category. So, Popsi darf sich eine Kategorie aussuchen. No, 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 that's okay, I've got it. Okay, here's your first question. Performance artist Adrian Parsons did a gut-wrenching piece called Shrapnel. During which in front of a live audience he blank. Now, use your device to enter a bluff that you think will fool the other players into thinking it's true. If you get stuck for half the points, you can use the help button and get a suggestion. Do it now. Okay, jetzt könnt ihr eine Lüge eingeben. Oder wenn ihr euch nicht sicher seid, könnt ihr auch live vor mir drücken. Dann bekommt ihr nur die tägliche davon. Ja. Und jetzt müsst ihr auspischen uns. Du musst ein richtiger Antworten wissen. Du musst ein richtiger Antworten wissen. Und eines konnten Antworten auswählen. Ein paar sind halt... Also eine ist richtig und manche sind halt von uns selber geschrieben. Und jetzt kommt sie auswählen. Nö, ne, 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 ne. Nö, ne, 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 ne. Well, I'll be darned. Kritiker lieben es, aber glücklich hat er noch eine dicke Haut. Und diese unglaublichen Blöcke sind irgendwie unselectlich. Wie gesagt, Ziel des Spiels ist es, die anderen in die Irre zu führen mit einer Antwort, die plausibel klingt, aber falsch ist. Zeit für eine Kategorie. Okay, hier ist die Frage. A recent survey by the British cable provider Cable.co.uk found that almost one-third of the people surveyed would rather blank than lose broadband internet access. Type in your lies now. HURRY! Hit the line for me button if you can't think of something! HURRY! Okay, where's the truth? HURRY! 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 Pick something! HURRY! HURRY! Let's see what everybody selected! Und nobody picked any of these other lines. All right, pick a category. Okay, here's the question. S.S. Singh practices the lost art of predicting the future by analyzing blank. Input your lies now. Hurry up, use a suggestion if you can't think of anything. Okay, which one's the truth? Ah! Okay, let's take a look. Hmm, I see your future will have a lot of corn. And we're done. Now it's round two where all point values are doubled. And don't forget to use that defibrillator if you haven't already. It's gone after round two. Select a category. It's not hard. You know what, we'll just stick with this one. Okay, here's the question. Japanese company Kagome invented a rather unusual mechanical backpack that will, with the mere pull of a lever, dispense blank to the wearer. Enter your lies now. Enter your lies now. Hurry, hit the live for me button if you can't think of something. Okay, there's a truth out there. Find it. Pick something! Okay, what did everyone pick? Nice slide. Okay. You say tomato dispensing backpack, I say tomato dispensing bakpuk. And the rest of the board goes unselected. Time to pick a category. Okay, here's the question. According to Divorce Online, a British legal service, one third of all divorce filings in 2011 contained the word blank. Write your lies now. Time to pick a couple facts heutras. Ah! Hurry up! Use a suggestion if you can't think of anything! The creak. The sound is weird. All right, where's the truth? All right, let's see what everybody picked. Well I just hope they're all ready to lose half their farm-villes. And nobody picked the other lies up there. All right, pick a category. You know what the world needs now? A celebrity quote of great importance. Celebrity quotes of great importance. 1049 AM, the 23rd of June, 2015, at Kelly underscore Clarkson tweeted, I am certain that most things in the world can be fixed with blank. Input your lies now. No. Loyal force of low power ma噴Works premiering, Guinness, I are. Not so but all that you had. You are the thứ that lost oyu to your mouth. That's OK. Or inputreichated and strategic ropes of the mix. Okay find the truth It's too simple Okay let's take a look There's a little bit of ice What's up? It's a chocolate ice I like that And the rest of these lies didn't fool a soul This is the final fibbage One question left for all the marbles And everything is worth triple Good luck Here's your final fibbage question The official word for the perfect wave-shaped toothpaste blob that sits on a toothbrush in toothpaste commercials Type in your lies now Hurry up, use a suggestion if you can't think of anything Okay, here you go find the truth Pick something Pick something Let's see what everybody selected Let's see what everybody selected I'll go to the next question Okay, MAN Dann schauen wir uns das mal an. Dann schauen wir uns das mal an. Dann schauen wir uns mal an. Dann schauen wir uns mal an. Dann machen wir noch eine Runde Zettel. Dann sagen wir das mal an. Dann schauen wir uns mal an. Dann schauen wir uns mal an. Ich glaube das funktioniert ganz gut. Ein neuer Kraut. Zitzen, 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 Zitzen. Zitzen, 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 Zitzen Ich bin Cookie, dein Host. Und wenn du mit meinem Service bist, kannst du ein Customer Satisfaction Card finden. Looks like wir haben... Oh, was ist das Nummer? Ich bin immer vergessen. 5! 5 Spieler. Das war ein guter. Oh, und wenn jemand anderes möchte, kann ich in die Wa� Undärарт sagen. Audience kann Elijah con spielen und von Experien alle le ciekhursten 메� ولchen deux Fragen. Und du hast eine Helper des Defibrillator. It eliminates all but one lie. Only one use per game, so use it wisely. Time to pick a category. Cash. Okay, here's your first question. In 2004, the BBC reported that the Johnny Cash estate rejected an offer to use his song Ring of Fire in a commercial. The commercial was for blank. Now use your device to type a lie that might fool the other players into believing it. If you can't think of anything in time, use the lie for me button for half the points. Do it now. Hurry up. Use a suggestion if you can't think of anything. Okay, now find the truth and enter it on your device. We'll be right back. Let's see what everybody's selected. Wer mag schon zwiebeln? And that's it. Select a category. Okay, here's the question. In Minnesota, some refer to the game Duck Duck Goose as Duck Duck Blank. Write your lies now. Okay, where's the truth? We'll see you next time. Bye. 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 Okay, let's take a look. It's the second most popular game in Minnesota behind rock, paper, left-handed safety scissors. And nobody fell for some of these ingenious lies. Alright, pick a category. Well, we ain't waiting forever. Okay, here's the question. The city of Mobile, Alabama has a rather unique way of ringing in the new year. They drop a giant blank from the RSA Bank Trust building. Input your lies now. Hurry up, use a suggestion if you can't think of anything. Okay, here you go. Find the truth. Go, 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 go. Das war's für heute. Okay, what did everyone pick? And every year, three people die getting it out of the giant plastic wrapper. And these incredible bluffs somehow went unselected. And remember to use your defibrillator if you need a little jolt of help. Use it in round two or lose it. This is the middle floor thing. Select a category. Okay, here's the question. True fact. Ernest Hemingway was so manly or lucky that he survived two different blank on consecutive days in 1954. Enter your lies now. Hurry, hit the live for me button if you can't think of something. Okay, find the truth. Here's the truth. Here's the truth. Here's the truth. All right, who picked what? And that's it. Nobody else's lives got picked. Oh, the extension went forward. Time to pick a category. Okay, here's the question. Christiane Poincheval, a 65-year-old Frenchman, has spent over 10 years trying to make blank smell like chocolate. Type in your lies now. Okay, there's a truth out there. Find it. We'll be right back. All right, let's go. Let's see what everybody picked. And the rest of the board goes unselected. All right, pick a category. Let's take a road trip. When in Hulme Oil Troop, Denmark, get a ticket to Bon Bon Land, a strange amusement park where you can ride in a bathtub filled with blank. Input your lies now. You can't think of something. Okay, take a look and find the truth. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Okay, let's go. Okay, let's take a look. This is so cool, right? And look what we have here. Don't forget to get your photo at the end of the ride so your therapist can recover the memories. And that means... It's time for the final fibbage. Just one final question and it's worth triple. Good luck. And now, your final fibbage question. The strange nickname of New Zealand's national basketball team. Write your lies now. Hurry up. Use a suggestion if you can't think of anything. Alright, where's the truth? Alright, where's the truth? There once again. Hear the truth. I can't believe. Let's go. I can't believe. I'll be the truth. I know in the end of the road as it's very complete. See you later. I'm going to wake you up again. I can't believe it. You're not going to be the truth. The house is aboutер-me. You're not going to be the truth. Let's see what everybody selected. Okay. And nobody picked any of these other lines. It's okay. And they're gonna try to make a person, Jetzt wollen wir das T-Shirt spielen. Okay? So, jetzt wollen wir das T-Shirt spielen. Oh! Can I open this? Hm. Oh! Oh, das ist die. Oh. Oh, das ist die. Oh! Oh, das ist das. Dann wird es automatisch an sein. Ich hoffe, ihr wollt eh noch eine Runde. Wir haben gedacht, wir spielen TKO. Wo man die Höchst nicht halten muss. Ja! Ich hoffe, ihr könnt euch die Runde verlinkt. Hier sehen wir etwas. Ich bin Meldungen der Runde. Ich habe es funktioniert ein bisschen besser. Ich stelle jetzt ein, was ich mit seiner Hose herkomme. Ich habe es funktioniert ein bisschen besser. Ich habe es funktioniert ein bisschen besser. Ich habe es funktioniert ein bisschen besser. Wenn du hörst und ich wieder kurz ein, okay. Ich bin so schön. Ich versuche mehr zum Mikrofon zu reden. Wir haben leider nur so ein kurzes USB-Kabel, deswegen ja. Ich versuche mehr zum Mikrofon zu reden. Ist es jetzt besser? Ist es jetzt besser? Ich habe das schon urlange nicht mehr gespielt, aber im Grunde wird es eh dann immer erklärt. Du musst, muss man erst ein Slogan machen? Nein, zuerst zeichnet man ein T-Shirt, dann sagt man ein paar Slogans an und danach muss ein anderer die wieder kombinieren miteinander. Bis! Oh, die sind so süß! So. So, wenn dann alle da sind. Wie gesagt, es tut mir leid, wir haben nur so ein kurzes USB-Kabel gehabt und wollten nicht alles jetzt umbauen. Normalerweise ist das Mikrofon so eingestellt wie es jetzt ist. Normalerweise ist es so eingestellt wie es jetzt ist. Aber das steht normalerweise auf meinem Tisch und ich muss das rüber zur Reihe stellen. Ich hoffe ihr lebt noch. Ich schreife. Ich schreife. Immerhin funktioniert es überhaupt, also das ist ja auch schon mal was. Gut. Können wir starten? Ich drück einfach mal. Ja. Ich bin der Tournament Master und das ist mein Invisible Familiar Dimitri. Say hello Dimitri. Dimitri? Oh Gott, ich habe ihn wieder. For centuries, die Welt's hottest Novelty T-Shirts have been created here on T-Shirt Island by generations of semi-willing combatants. Who knows? The shirt you make today could be the next I'm with Stupid. Every epic tale starts somewhere. Yours begins here at the training grounds. You will use your device to draw three drawings. You may draw whatever you choose. Go nuts with it. But if you're stumped, feel free to use the suggestion button. Begin your first drawing now. So, jetzt einfach... Körper Lorenz. Jetzt einfach... Ich muss malen. Der Handler, der Kling-Kling-Kling. Die Spoken machen nicht Solar. Das sieht nasphalt mit tall. Die Spoken machen nicht nur mal Ostroy auf der combustion street. Das ist die Sache von konnte vom Denn je muss immer einbilder decir. Oder denn dann? Ich habe w Feed-Kling... Siet wieder einmal ver Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das letzte Bild Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank.